Wir haben im vorletzten Clip ja über horizontale Formate gesprochen, wie diese hier links, und über vertikale Formate, in dem ein Token in einer Zeile steht. CQP selbst verwendet so ein vertikales Format und das sieht dann ungefähr so aus, hier wieder am Beispiel der ersten Wörter im Brown Corpus. Und hier steht jedes Token in seiner eigenen Zeile. In diesem Format haben wir in der ersten Spalte den Corpus Text und CQP nennt diese Spalte Word. Daneben gibt es die Pos-Spalte, in der die Wortklassentags stehen, also in diesem Tagset np zum Beispiel für einen Eigennamen oder jj für einen Adjektiv. Die dritte Spalte ist die Lemma-Spalte, da steht die Grundform des Worts, wie hier zum Beispiel das Lemma say. Die vierte Spalte ist dann die Class-Spalte, in der gröbere Wortklassen stehen als in der Pos-Spalte, denn hier werden alle Tags für Nomen wie np oder nn zu einer Oberklasse subst zusammengefasst. Die Reihenfolge der Spalten spielt für die Nutzung keine Rolle, Sie müssen aber natürlich wissen, welche Kategorien es in einem Corpus gibt und wie die Spalten heißen und welche Tags jetzt verwendet werden. Diese Informationen können von Corpus zu Corpus sehr unterschiedlich sein, aber darauf werden wir dann zurückkommen, wenn es soweit ist. Die blauen Tags hier am Anfang der Datei enthalten Informationen zum Text und in diesem Beispiel steht da die Text-ID, aus welcher Varietät der Text ist, nämlich aus dem amerikanischen Englisch, aus welchem Jahr und aus welchem Genre oder Subgenre. Man kann jetzt eine Suche nach diesen Kategorien eingrenzen, muss es aber natürlich nicht. Die Annotationen in blauen in CQP sind strukturelle Attribute und die Annotationen in grün, das sind Positionsattribute. Die strukturellen Attribute beziehen sich auf einen Text oder Teile eines Textes und damit eben auf alle Tokens, die sich in dem jeweiligen Abschnitt befinden. Die grünen Informationen, also die Positionsattribute wie Pos oder Class, beziehen sich logischerweise immer nur auf das jeweilige Token. Schauen wir uns also an, was passiert, wenn ich eine Abfrage in der CQP-Syntax formuliere. Und das ist so ein Beispiel und das sieht jetzt natürlich ein bisschen kompliziert aus, also nicht erschrecken, wir werden am Anfang sehr viel einfachere Abfragen machen und erst später dann diese komplexen Befehle kennenlernen. Also in dieser Anfrage haben wir ja eine Eckklammer, die CQP sagt, finde ein Token und zwar zu den Bedingungen, die wir innerhalb der Eckklammer formulieren. Konkret heißt das, suche in der Spalte Word den String Sad und suche in der Spalte Pos nach dem String VBD. Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, natürlich auch die Bedingungen für die Metainformation zum Genre Reportage, dann gibt CQP diesen Beleg zurück. Das allgemeine Muster ist also, will ich einen Token finden, dann kann ich innerhalb dieser Eckklammer Bedingungen für dieses Token formulieren und dieses Prinzip macht CQP sehr, sehr mächtig, weil es eigentlich kaum Grenzen gibt, was ich einschließen oder was ich ausschließen möchte. Ich kann dann auch sehr allgemeine Bedingungen formulieren, also will ich zum Beispiel nur Substantive finden und zwar alle, dann sage ich CQP das genau hiermit. Gib mir alle Token zurück, bei denen der Glasspalte Subst steht. Diese Anfrage gibt mir also alle Substantive aus, nämlich Fulton, County, Grand Jury, Friday Investigation, Atlanta und so weiter und so weiter. Dann sieht die Konkordanz dazu in CQP übrigens so aus. Der Preis für diese Flexibilität ist, dass Sie jetzt ein paar Dinge lernen müssen, aber das würde im Übrigen auch für jedes andere System gelten. Der Vorteil an unserer Korpusumgebung ist auch, dass Sie fast nichts installieren müssen, Sie verbinden sich einfach mit den CEDA-Servern. Und wie dieses CQP für alle funktioniert, das schauen wir uns im nächsten Clip an.